Hallo, wie schaffen Sie es, dass Ihre Gartner oder Kommunalmaschine ein Leben lang hält? Wir, die Firma Endres, haben den Schlüssel. Der Schlüssel ist ganz klar, der Service. Durch Service verringern Sie Ausfallzeiten, sparen Kosten und haben eine langlebige Maschine. Wir reparieren hier gerade einen Kommunaltraktor, führen dort eine Inspektion vom Rasenmäher durch. Bei dem Andrea sehen Sie eine Motorsegel zur Inspektion und ein Mähroboter-Update. Wir erledigen Ihre Arbeiten in Handumdrehen. Wir haben immer eine Lösung für Sie parat. Wenn Sie immer nicht die Möglichkeit haben, zu uns zu kommen, wir kommen auch gern zu Ihnen nach Hause. Fordern Sie uns, wir sind für Sie da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017